Deutscher Meister wird nur der FCU, nur der FCU, nur der FCU. Warte, meinst du das gerade ernst? Ja sicher, was denkst du denn? Ja, das wollen wir mal am Sonntag sehen. So, und wer ist jetzt auf die Schnauze geflogen, weil er dachte, er kann uns besiegen? Wir. Und wer ist dein Daddy? Warte, was? Keine Gegenfragen. Wer ist dein Daddy? Der FC Bayern. Und wer wird Deutscher Meister? Bayern München. Moment mal, bei der Frage, wie Deutscher Meister wird, haben wir wohl auch noch ein Wölkchen mitzureden. Und wir auch.